Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, neben Herzbruck im Nürnberger Land zum Nusserder 152. Am Tag des Schreiners, am Samstag und Sonntag kommendes Wochenende, laden wir Sie ganz herzlich ein zur Betriebsbesichtigung, zum gemeinsamen Kochen oder zum Fotografieren mit der Fachkamera. Schauen Sie einfach mal wieder rein, wir würden uns freuen. Unser Jubiläumsbuch zum 30-jährigen Geburtstag der Möbelmacher ist hoffentlich gerade bei Ihnen angekommen. Falls nicht oder falls wir Exemplare an Ihre Küchen- oder Kochinteressierten Freunde schicken sollen, rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine Mail. Eine ganz neue Erfahrung war für uns und vor allem für Julia Hölzl ein Projekt im Rahmen der Jugendsozialhilfe, bei dem neben einigen Freundschaften auch wunderschöne Gartenmöbel entstanden sind. Egon Eiermann, Architekt und Schöpfer von unzähligen Möbelklassikern, würde sich sicher freuen, dass wir für unsere Kunden die etwas schwierig zu handelnde Glasplatte gegen eine aus Ahorn ausgetauscht haben. Unsere Katze Plüm freut sich über die Stahlregale und die feuerverzinkten Behälter. Auch einige Kunden konnten sich bisher für diese ökologische und preiswerte Alternative ohne Sparmplatte begeistern. Die Werbefachzeitschrift W&V hat das Testimonium mit Marina Katsankova gelobt. Und weil wir bald schon die neuen Spülmaschinen bekommen, sind die aus der Ausstellung sehr günstig zu haben. Zu unserem 30-jährigen Jubiläum ist in den Nürnberger Nachrichten endlich ein Loblied auf Massivholzmöbel erschienen. Wir haben einen guten Artikel für Sie um wichtige Teilaspekte ergänzt. Besuchen Sie uns doch am Wochenende oder wann immer Sie Zeit haben. Wir wünschen noch einen schönen Herbst und bis bald!